Ich werde jetzt ganz professionell ein bisschen was schlawinzen. Ja, ich habe mein anderes Baby begrüßt, das hat mich auch begrüßt. Ja, natürlich, wir haben noch das Ende gehabt, eine Zeit lang. Ne, das weiß ich auch. Was denn ist gerade vollkommen klatschig voll? Du musst dich nur um Baby anfragen, guck mal. Ja. Ne, man kann ja eh nichts mehr machen. Gelegentlich fragen. Me. Korrekt. Warte, Korreks? Du wohnst. Er hat Me gesagt. Nehm ich mal an, dass er gemeint ist. Und sie will ja lieber, äh, fragen. Korre, 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 hier ist Korre. Ja. Leider will send you. Weitere. Oh, da haben wir gleich schon kriegen. Korreks. Ja, ich schick noch einmal Sicherheitshalber. Ja. In jedem Moment kommt es. Ja, da ist es. Die Beginn. Die Beginn. Willst du jetzt so fragen, so, was geht denn ab, weißt du? gerade erst geboren ach jetzt haben wir unser adoptiv Kind noch mit dem Kind du hast jetzt so Bruder adoptiv Bruder adoptiv Bruder oder Schwester ich sehe es eh nicht so klein kann man nicht mal sehen ich glaube ich weiblich oder ich weiß es nicht ich sehe es ist so kleiner Pickel den sieht man es gar nicht was Tittymig ist ich glaube auch weiblich wie es aussieht ne könnte man nicht sein siehst du das wenn die so kleinen Funstel sind dann siehst du nicht und das ist dann noch ein Giga Baby das sind drei Giga Babys wir haben drei hier ach wir haben auch Giga's hier als Freunde ach so ach habe ich natürlich sofort gewusst komm mein kleiner hier gibt es Essen manche bin ich doof oh ich hab wohl besucht ich geh drüben mal essen weil ich warte hier die da drüben warten wir haben auch schon ein ich weiß auch nicht ne ich glaub der Remix wurde ja auch gefragt ich geh hier in den gewagene Bereich noch ein Giga ja hier sind jetzt überall nur noch Gigas Alter kann man hier mal kurz alleine sein ich hab hier drei Kinder ja Vater ist kurz mal futtern gegangen damit er wieder Ruhe für eine Stunde hat so dass das schön im Vorhaus erledigt ist ich glaube ich bin ein bisschen reißen ich glaube ich bin ein bisschen reißen Ihr fresset das Essen weg, ihr Dreckschenkel. Die sollen lieber außen erst mal essen gehen. Ist eigentlich immer am schlauesten. Dort wo die Kinder sind, erst mal alles in Ruhe lassen. Für immer klein. Schreibt die Meek, kann es sein. Es scheint ja wirklich sein, dass unsere Kinder nie groß werden. Immer gebunden. Doch, die wachsen eine halbe Stunde und irgendwann wachsen sie ja nicht mehr. Ja, da sieht man ja an Tittimek, weil der hat es ja selber gesagt. Ich bin geboren, um für immer klein zu sein. Born to be a little one. Musik. Es war Mittag. Drei Wolken sah ich in der Richtung gerade aus. Sie sahen aus wie ein Tintenfell. Oder einer mit Sonnenbrille, der raucht. Wie die eine gekillt werden? Du bist doch Mama! Du kattest nicht einfach dein Kind alleine. Sie vermisst ein Kind. Wenn es Giga wie ihr Kinder sind, dann sind sie bei uns. Rufen sie an. Die Leila und Miro Hotline. Ihre Gigas sicher zu Hause. Müssen sie als Giga bestimmte Arbeiten erledigen. Müssen sie jagen. Kommen sie zu uns. Wir kümmern uns um ihr Kind. Nur unter der 0580 63 63 64. Das wäre mein Slogan, Mann. Wo wir sehen. Essen, trinken. Gut. Essen, trinken. Und ich verwende es so. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Aber im Moment ist es schön alles chillig. So chillig, wie ich jetzt nur weiß, dass ich eine 4-Part-Aufnahme habe. Wir haben gute Einzelprojekte. Ja, ein bisschen. Jetzt dürfen wir sowieso nicht das Kind alleine lassen. Sei so, ne? Ja, was ist es, wenn wir Internet-Abstürze haben? Na, da gehen wir nicht davor. Na gut, du müsstest einmal bei uns richtig an der komischen Stelle wieder gewittern. Ist mir auch aufgefallen. Letztes Jahr war das ja auch so. Es war ja eher im Sommerbereich. Wir haben sonst verdammt gutes Internet, aber da wir irgendwie im Dorf wohnen, hat es Probleme, wenn ein Gewitter kommt. Aber trotzdem, wir haben im Dorfbereich so ein gutes Internet, da wünschen sich manche in der Stadt, sie hätten so ein Internet. Hat er geschrieben? Äh, ich guck nicht. Ich weiß gar nicht. Ach, er koche jetzt zum Beispiel. Nein, keine Nisanatung. Er hat Hunger, ey. Warte. Ja, bevor mir das passiert, dass ich im Stehen beiße. Dieser Chat so doof ist. So. Echt, ist das so doof? Ja. Dann falsch. Normalerweise kann man ja nichts falsch machen. Einfach dann eintippen, enter und dann auch nochmal wieder bewegen. Mein Kind, hast du Hunger? Ein Kind will raus, will weg von uns. Guck mal. Du gehst ja mit dem Kind. Ach so. Die Frage ist, weitere Kinder sind wahrscheinlich eh nicht geplant. Weiß ich nicht, aber ich habe das dann erstmal gelassen. Ja, ich weiß. Also ich sehe es ja, dass es noch da ist. Wieder den Kettenhund. Jetzt sind alle irgendwie um mich herum. Ich lieg doch nur. Leila, ich habe viel ins Scheiße. Na Gott, hier läuft ein Baby-Austro rum. Ja, da hatte ja jemand ja gefragt, ja. Wo ist denn der Pickel? Ich sehe den. Ach, da vorne. Wo ist denn der Pickel? Echt? Was denn? Ich weiß, dass Ausdruck habtoren im Vergleich ja sowieso klein sind, wenn da noch ein Baby war. Pass mal auf das Baby auf. Ich muss was essen. Ja, ich stehe. Ich mache, was ich immer tue. Ich tue das, was ich am besten kann, Leila. Nichts. Ich kann nicht essen. Ja, da kann man nichts essen. Ich habe es auch nicht geschafft. Na, scheiße. Ich bin verdammt. Pass das Baby auf. Ja, ich pass auf. Das Kind sucht wahrscheinlich gerade nach dir. Ich bin auch da. Ich mache dir keine Sorgen. Ich bin der Richtige. Ich bin der Richtige. Was denn, Papa? Brauchst du keine Angst zu haben. Papa, pass darauf. Ich will lieber zur Mama. Es ist ein Mama-Kind. Ich muss was trinken. Nicht fressen kann man nicht was trinken. Nein, dann mach. Das Problem ist, dass das Essen mit für mich ist. Ja. Das Einzige, was ich machen kann, ist bisschen rumlaufen. Gucken, ob ich irgendwo irgendwas finde hier in der Nähe. Ich glaube, ich mache es auch so. Weil das Kind bleibt ja eher bei dir. Ja, ich muss auch trinken. Ja, ich gucke ja, bis du wegen dem Essen bringst. Vielleicht findet man hier irgendwo eine Leiche in der Nähe. Und das eine ist klar, das lassen wir ja üblich. Ja. Und noch ein Gigababy. Wie viele Gigababys laufen hier denn rum? Ja, 50. Mindestens. Überpopulation der Gigas. Wie gigantisch sein muss, muss auch ein Gigababy sein. Ohne Gigababy bist du nicht gigantisch. Das ist halt jetzt so die Frage. Gibt es hier irgendwo Futter? Vielleicht da drüben. Vielleicht hat sich hier jemand gekillt. Vielleicht hat sich hier jemand gekillt. Ne, und es ist jetzt gleich noch Abend. Ich war auf der Suche. Allein. Nach Futter. Aber man fand nichts. Ne. Aber man fand nichts. Ne. 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 Deine. Ich schreibe mir schon. Ich brauche ein Futter. der vater sucht nach essen sind diese blöden fleisch lieferanten die verspäten sie wo sind die fleischbäume achimix ist auch in unserer gruppe sich auch aus der entfernen baby stimmt 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 ja das ist super muss ich so schreiben lokal dann so hallo ist da irgendwo in der umfahr ich komme gerade so ein bisschen erharten erhaschen baby kann wenigstens daraus essen wahrscheinlich muss ich noch im schlimmsten fall mich irgendwo in den killbereich stellen und dann hoffen dass irgendjemand kommt wenn du dann gehe ich dahin fragt wer will für unten und fleisch geben ich sehe ich nirgendwo was so ein blick hin die großen nicht fressen ja ihr könnt alle nicht raus fressen ihr fetten ey ja ich nehme nicht hin bevor ich was falsch schreiben vielleicht kommt da noch jemand wenn da jemand wäre wäre das schön was so jetzt muss fett raptor dran fassen mir schon die ganze zeit irgendwo auf der suche nach irgendwas was relativ in der nähe ist im gesamten berg sehe ich nix die leute haben wir eigentlich genug müsste ich doch irgendwo ein opfer finden können die spannung steigt sich zu hier wird gleich gekillt ich sehe jetzt schon